let's go okidoki ok und somit geht es weiter mit den verwöhnten klempnern nachdem wir im letzten part an dem boss jetzt gescheitert sind ja ist leider auch ein gast kommt was heißt leider ich bin froh dass ein gast kommt da der dabei war alter diese brühe ist so scheiße und ja wir reden heute mal über das spiel mario und luigi superstar saga für den 3ds also plus bowser shan beziehungsweise minions ja dieses spiel ist nämlich eigentlich wirklich nur ein klon von diesem spiel mehr oder weniger gesagt nur mit besserer grafik aber wie herrlich wie wunderbar ah ja alles klang so pervers zum wohle ja danke aber das sagt man ein ok genau deswegen ja genau ja chill doch dein live sprung einscharn prostattacke hops bruder alter ich bin doch so ein idiot so ha gay opfer ha 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 gay opfer ha ha ja b ja okay ist vielleicht okay war ich mal eins genau schade aber ich hab so gut wie möglich geteilt nein du lappen nicht du luigi du bist geil das ist eigentlich aha das macht ja mehr als mit dem sprung ja das schild ist zerstört vielleicht ist es seine schwachstelle ja genau schildern live schildern live schildern verficktes live vielleicht ist das ja die schwäche ich glaube es aber mario brauchen alten komm komm du dumm luigi für mario bitte halte es aus also da wird sich wahrscheinlich bald wieder so ein scheiß machen und wehe du machst es jetzt für dich mario braucht es mehr als du luigi seh es ein nein ja chill dein live ja chill dein live ich glaube ohne sein schild ist er nutzlos also unser gegner alter machen wir viel schaden nein alter gut luigi wir machen jetzt noch mal den hacke bruder hacke hacke bruder alter das macht sehr viel schaden den schlag bruder machen wir jetzt sehr gut alter ich glaube jetzt ist er bald tot alter nein ja besser als auf mario nein du wichser superpilz auf luigi oder mario ja eigentlich können wir auch einen normalen pilz auf mario spielen mario der egoist der denkt nur an sich weil komm das wäre scheiß wenn jetzt luigi stirbt wir müssen taktischer vorgehen als beim letzten mal sind wir ja wie bekanntlich gestorben nein bist du dumm oh gott sei dank ja sehr gut jetzt machen wir noch mal den hacke bruder alter ich weiß nicht wie man das schnelle hinbekommt aber vielleicht ist es ja diese spezielle attacke wow das macht auch nicht wenig schaden nein alter willst du mich verarschen nein du wichsender alter du bist doch echt dreckig genau mario gönn dir einen pilz für dich allein und jetzt oh toller treffer der war jetzt wichtig alter wie schnell muss es denn noch gehen willst du mich finden das ist derselbe sprach wie apurettl sagen würde original alter wie viel hält denn noch aus ja chill doch dein leben ja nochmal nein alter chill doch chill doch chill doch mario ach man selbst die brüder punkte gehen schon aus aber wir müssen nochmal den schlag bruder machen perfekt alter wie oft wie viel hält der aus deshalb nochmal jesus fucking christ hast hacke bruder hacke bruder so alter ja moin ich glaube jetzt können wir ihn mit sprung attacken töten aber mit hammer attacken geht es besser mein bauer mein bauer aus Tirol nein du wichser nein alter du bist doch echt so scheiße nein 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 oh gott ich habe es noch geschafft weil ich glaube er hat nicht mehr viel auf dem kasten oh fick dich fick dich ups bruder müssen wir jetzt shit nein okay luigi du schaffst es doch auch allein ich glaube an dich nein hör doch auf ihn zu boosten oh nein oh ne das das kann es jetzt echt nicht sein dass du hier mario heben musst ne mario braucht einen pilz alter alter du bist echt so scheiße dass dich niemand mehr haben will also nicht eher alter hör doch auf ihn zu feiern du bist echt scheiße du fett sag ihm können leber nur noch hammer attacken du bist nicht scheiße aber vielleicht reicht es jetzt gleich aus deswegen dürfen nicht nachlassen alter als ob er uns vergiftet jetzt müssen noch scheiß arbeit namen scheiß haus gemacht werden nein luigi aber ich muss es jetzt machen ich muss ihn quasi verrecken lassen nein luigi das hältst du nicht aus alter ich bin geschockt ich bin geschockt als ob was habe ich denn anders da gemacht was habe ich bitte schon falsch gemacht als ob ich hasse diesen gegner sofort ich erstelle lieber einen steicherpunkt also ich kann schon gar kein deutsch mehr oh halt die fresse halt die klappe du dummes stück scheiße niemand mag dich alter du bist echt so ein wichser halt die fresse alter niemand möchte was mit dir zu tun haben aber dass wir das schild weg gekriegt haben das sollten wir glaube ich gleich als erstes machen weil sonst bringt es gar nichts bei dem habe ich so das gefühl also die sind sowas von scheiße die können auf den boden kacken hammer was für ein hammer schlag alter hammer damit sein scheiß schild endlich kaputt geht schlag oder am besten gleich alter wie geil jetzt ist das schild kaputt das ist so geil oha wir haben seine scheiß attacken gekontert bis auf die okay jetzt heißt es schlag bruder wieder boah alter war das geil der schlag alter ich würde sogar sagen dieser boss ist schwieriger als der final im spiel jetzt mal ohne scheiß ohne scheiß würde ich das sagen oh alter wir machen jetzt richtig viel damage so sehr gut ach das ist jetzt doof aber das kann ich immerhin kontern ohne probleme beziehungsweise kann ich halt abwehren sagen wir es so hacke bruder weiterhin ihr seid die geilsten ach boah alter ich würde mich ja nicht so trauen gegen die zu kämpfen im real life meine ich jetzt alter ich bin wie eine pussy und sowas war ich aber schon immer so okay aber dieser boss ist wirklich scheiße ohne ende das ist so geil das ist so geil hier dass wir so vorwärts kommen ach diese scheißbar arbeiter dort müssen natürlich während des parts das die scheiße machen ja treff lieber luigi aber nicht wieder ähm vergiften das wäre doof aber ich finde das gute an diesem spiel ist man merkt ja wirklich wie die auch zusammen interagieren hammer ja der ist schon bald geschwächt alter das sehe ich schon nein da greift lieber luigi an genau mario du machst jetzt deine letzte hacke bruder attacke das fand ich halt genial an diesem teil dass die sich so miteinander abstimmen nicht luigi du egoist mario ist jetzt wieder voll geheilt alter ich verstehe das hammer ich hab doch auf den b knopf gehämmert ich verstehe dass die hammer schwer sind und so aber gut gut gemacht mario der ist jetzt beinertot genau das meine ich alter heili nicht der köstliche duft kann dir doch scheißegal sein siehst du nicht dass das viel total scheiße ist jetzt hat mich auch noch vergiftet haben wir sowas wie roten pfeffer ne aber lui scheiße ist dieser sitz fuck er ist aber jetzt mit dem schlag bruder ziemlich geil sehr gut Gott sei dank ist er nicht dadurch vergiftet frisch wurz ja nicht frisch furz sondern frisch wurz und weh der wird jetzt wieder vergiftet dann wird der nicht mehr lange überleben aber der scheiß köstliche duft der juckt doch eh keinen jetzt ohne scheiß ja endlich mal gekontert alter ist ein scheißvieh alter ach komm greif ihn auch mit dem hammer an dann bist du cool und so wenn schon dann müssen alle am start sein so sehr gut alter verpiss dich doch du bist echt eine kleine einpfotze alter ich konnte das aber sehr sehr gut sehe ich grad habe ich auch schon die ganze zeit bemerkt nein nicht mit dem hammer die a äh die bp gehen mir aus ja alter täglich drei pfund was was labert der da jedes mal für ne scheiße man jetzt können wir aber nur noch beide mit dem hammer angreifen das ist ziemlich ziemlich kacke oh yes gezeiter bist du ja alter ich bin so aggressiv auf den scheiß ok wobei die herzpunkte waren schon sehr sehr du nach diesem hammer schweren kampf alter das aroma meiner besten schmerze aus den tausend alter das ist jetzt aggressiv oh mein gott pardon dass da noch die ganze kürze da drin ist und das ist sehr sehr geil dass hier auch mal Mario und Luigi außerhalb voneinander sind alter das ist so geil hier hier gibt es glaube ich sogar wobei das will ich euch nicht spoilern denn das wäre scheiße für alle die nicht wissen wie es weiter geht grenzenwald unter der erde und ja wir müssen ja Mario finden und diesmal ist Luigi auf sich alleine gestellt ah hier gibt es auch noch gegner kann ich mich gar nicht mehr erinnern alter ich versuche den auszuweichen den knacken oh gott alter oha oha als ob ich dem alles ausgewichen bin oha oho ok ich würde sagen es geht weiter im nächsten part bleibt auf jeden fall dran wenn es weiter geht mit Mario und Luigi Superstar Saga und ja ich konnte eigentlich gar nicht zu dem Thema alter können wir jetzt Mario achso der ist schon geheilt also sonst hätte ich gefragt so ja können wir denn Mario heilen aber der ist ja vollständig geheilt auch wenn ich mich frage wie diesen Absturz überlebt haben aber ja Nintendo und real life Sachen ist halt schwierig in Verbindung zu bringen deswegen lasst doch ein Like da und ein Abo und mich würde es freuen wenn ihr demnächst wieder dabei seid Ciao Leute